In den letzten Monaten hat sich der LinkedIn-Algorithmus komplett verändert, aber was bedeutet das eigentlich ganz konkret für uns? Und das war auch der Grund, warum ich den internationalen LinkedIn-Experten Richard van der Blom ins Interview eingeladen habe, in einem der vorherigen Videos. Und wenn du dir das Interview noch nicht angesehen hast, solltest du das unbedingt nach diesem Video hier tun. Und da sind schon die ersten Tipps und Tricks zum neuen LinkedIn-Algorithmus rausgekommen. Ich wollte aber nochmal zurückgehen und habe mir seinen gesamten Report über 123 Seiten geschnappt und bin den wirklich Seite für Seite durchgegangen und habe so die besten Tipps und Fakten rausgeschrieben, sodass wir ganz genau wissen, worauf es dieses Jahr ankommt und wie der LinkedIn-Algorithmus jetzt wirklich tickt. Lass uns direkt mit den Tipps und Fakten starten. Ganz, ganz wichtig, wenn du dir den gesamten Report nochmal durchlesen willst, kannst du das tun. Den habe ich hier verlinkt. Da gibt es den Post von Richard van der Blom, wo das Dokument hinterlegt ist, wo du das Ganze nochmal in Ruhe dir durchlesen kannst. Wie gesagt, das Ding erschlägt einen ein bisschen und das war auch der Grund, warum ich dieses Dokument hier für dich zusammengestellt habe. Und wie gesagt, was ich dir aber absolut empfehlen würde, wenn noch nicht geschehen, dir unbedingt das Interview mit Richard auch anzusehen. Das Feedback war wirklich grandios danach. Ganz viele Leute haben sich dafür bedankt. Und insofern, das als Ergänzung gerne dir anschauen. Und ich würde sagen, dass wir in die Tipps reinspringen. Und zwar, Tipp Nummer 1 oder Fakt Nummer 1, Content von Top-Creatern wird zu 31% im Feed ausgespielt. Content von Klein-Creatern zu 28% und der Rest sind Ads und Company-Content. Das bedeutet, und das ist auch immer die Sorge von ganz vielen Leuten, bin ich zu spät dran, kriege ich heute noch irgendwie Reichweite oder nicht. Tief durchatmen, es sind wirklich 3% Unterschied zwischen den Top-Creatern und Klein-Creatern. Das bedeutet, du wirst im Feed gesehen, wenn du weißt sozusagen, worauf es im Content ankommt. Das, was ganz viele beobachtet haben, wurde jetzt bestätigt auch in dem Report, dass wirklich für 95% der Creator gab es einen Reichweiten-Drop von bis zu über 50%. Ich glaube, das hat wie jeder beobachtet, dass wirklich über Nacht die Reichweite halbiert wurde. Und auch Gründe dafür werden nicht so wirklich klar in dem Report. Wird man beobachten müssen, woran das liegt. Man muss jetzt nur noch mehr verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, damit man überhaupt noch Reichweite bekommt. Dann ganz spannend, 7,1% auf LinkedIn postest mindestens einmal alle drei Monate. Und das war auch ein Fakt, den ich sehr spannend fand, dass wenn man einmal pro Woche regelmäßig postet, man zu den Top 1% auf LinkedIn gehört. Das bedeutet, ganz viele Leute sind immer so, oh man, komme ich überhaupt noch mit meinem Content bei der Zielgruppe durch? Wenn du einmal pro Woche regelmäßig postest, gehörst du zu den Top 1%. Das bedeutet, 99% posten nicht einmal wöchentlich, sodass es noch ein unglaubliches Potenzial auf der Plattform gibt. LinkedIn-Ads-Kampagnen haben eine Conversion-Rate von 0,61%. Das muss man auch wirklich sagen, als wir LinkedIn-Ads immer tiefer eingestiegen sind, dass wir verdammt gut da drin geworden sind. Und hier auch nochmal spannend zu sehen, was so der Durchschnitt ist. Also viele Leute wissen tatsächlich nicht ganz genau, wie LinkedIn-Ads funktionieren, glaube ich. Schieben da einfach Budget rein und fertig. Damit kann man relativ viel Spaß haben. Dann Fakt Nummer 5. Das Engagement mit LinkedIn-Events hat sich verdoppelt. Ich kann mir vorstellen, dass das LinkedIn auch weiter ausbaut, Live-Events etc., weil man wird auch schon sehen in den weiteren Tipps und in den Fakten, dass wirklich LinkedIn viel darauf optimiert, dass die Leute mehr auf der Plattform einfach bleiben. Den gleichen Trend gab es bei YouTube auch, dass es nicht nur darum ging, dass die Leute ein Video anklicken, sondern das Video bis zum Ende gucken. Und ähnlich ist es natürlich auch bei LinkedIn. Umso mehr die Leute dort verbringen, Zeit, desto mehr Geld verdient LinkedIn und insofern optimieren die natürlich auch so Live-Events, wo Interaktion ist, wo die Leute viel Zeit verbringen, wo sie miteinander reden etc. Dann, was ich ganz spannend finde, was immer so ein bisschen rumgeistert, aber jetzt nochmal Daten und Fakten zu sehen war spannend. Handynutzung 65%, Laptop und Desktop nur 35%. Hätte nicht gedacht, dass es das Verhältnis ist, weil ich dachte, viele Leute wirklich bei der Arbeit vielleicht LinkedIn aufmachen. Aber das muss man im Hinterkopf behalten und das war auch der Grund, warum ich direkt die LinkedIn-App mir runtergeladen habe, weil ich einfach wissen wollte, wie das Ganze aussieht. Das bedeutet, wie sieht es mobil aus, weil das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass mobil halt immer nochmal ein bisschen anders aussieht als Desktop und da auch die Empfehlung, da mal reinzuspringen. Als kurze Erklärung hier zwischendurch, die Zahl hier hinter ist immer sozusagen, wo du das nochmal nachlesen kannst im Report. Wenn du dieses Dokument hier haben willst, gerne kurz meinen Kanal abonnieren, das Video einmal liken und 101 Algorithmus-Tipps in die Kommentare schreiben, dann schicke ich dir das kostenfrei rüber. Die drei Sachen einmal erledigen. Wie gewohnt kriegst du dann Zugriff zu dem Dokument, weil ich kann mir vorstellen, die wirklich einmal noch alle kurz durchgehen, abhaken für dich. Das kann einen enormen Mehrwert sozusagen machen. Hier siehst du auch Feed-Browsing, nochmal Unterstützung sozusagen. Wer scrollt durch den Feed? 88% am Handy. Ich tatsächlich bis dahin habe immer nur meine Posts mir auf dem Desktop-PC angeguckt, weil ich irgendwie mein Handy nicht zu viel benutzen wollte. Und das ist halt eine super spannende Sache, weil man da sich unbedingt sein Content auch nochmal angucken sollte, wie sieht es am Handy aus, weil so viele Leute über Handy da durchscrollen. Und dafür ist zum Beispiel auch dieses Hochformat in den Bildern so wichtig, weil man dann sehr viel Platz im Feed einnimmt und dann die Leute stoppen und sich deinen Post durchlesen. Also deshalb keine quadratischen Bilder oder 16 zu 9, sondern dieses Hochformat, ich glaube das ist 800 mal 1000 Pixel, Beste. Durch gezielte Interaktion hast du einen direkten Einfluss auf deinen Feed. Genau, das ist nochmal ganz spannend, dass halt wirklich dein Feed lernt, mit welchen Leuten interagierst du, mit welchen Leuten hast du dich gerade vernetzt, wo schreibst du Kommentare und dass du dann halt immer mehr von den Sachen bekommst, mit denen du interagierst. Das bedeutet, dadurch kannst du halt auch sehr cool beeinflussen, wen du im Feed hast und wen nicht. Und ist auch immer so ein Tipp, wenn du halt Likes und Kommentare auf dein Content haben willst, dann musst du selber teilnehmen auf der Plattform. Ich habe immer das Gefühl, gerade Leute, die starten, sind so, hier ist mein Content viel Spaß und wundern sich dann, dass 5 Leute das liken. Du musst halt selber bei anderen Leuten liken, du musst bei anderen Leuten kommentieren und dann geht das auch relativ schnell. Ich rede immer von so 5 bis 10 Verbündeten, mit denen man sozusagen einfach gegenseitiges Interesse hat und sich auch gegenseitig unterstützt. Wie gesagt, es geht nicht um irgendwelche WhatsApp-Gruppen, sondern wirklich Leute, die auch mit dir gemeinsam wachsen wollen und wo man sich einfach gegenseitig unterstützt. Gut, da bin ich ganz spannend, Text und Bild ist das beliebteste Format. Ja, es bedeutet noch nicht, dass das reichweitenstärkste ist, aber das wird am meisten von den Usern genutzt. Knapp 48 Prozent, das ist halt krass. Und das nächste, das beliebteste Format, da kommen wir auch noch zu. Fakt Nummer 10 ist, die perfekte Textlänge liegt bei 900 bis 1200 Zeichen. Das hat Richard in dem Interview auch ganz cool gesagt, dass er all diese Zahlen kennt, aber da auch nicht sich irgendwie religiös dran hält. Aber es ist eine gute Indikation, dass das halt so der Sweet Spot ist und ich kann mir auch vorstellen, dass deshalb zum Beispiel unser Social Story Content so gut funktioniert, weil man auf 900 bis 1200 Zeichen halt eine gute Story erzählen kann. Alle 300 Zeichen mehr kann die Reichweite um 10 Prozent senken. Vielleicht hast du es selbst mal beobachtet, dass es wirklich so Posts gibt, die, glaube ich, die 3000 Zeichen irgendwie ausreizen. Und wenn ich die sozusagen sehe, nur sehe, dann springe ich meistens schon irgendwie ab und denke mir so, ey, keine Lust, das komplett durchzulesen. Und insofern muss man das im Hinterkopf behalten. 1200 Zeichen, mehr nicht. Post mit kurzen Sätzen unter 12 Wörtern performt ca. 20 Prozent besser. Und das ist auch das, was wir immer sozusagen beibringen, dass man maximal drei Zeilen sozusagen einen Satz hat, dann einen Absatz und dann den nächsten. Ich glaube, das sind einfach so Copywriting Learnings über die Jahre. Wenn zum Beispiel vier ist schon zu viel, drei und ich kann mir vorstellen, zwölf Wörter ist sogar nur zwei Sätze übereinander. Da machst du viel richtig. Vielleicht zeige ich dir das einfach mal an einem Beispiel, wie das bei mir aussieht, dass man wirklich, wenn man das einmal verstanden hat, ist es halt relativ einfach. Und ich weiß gar nicht, warum das nicht einfach mehr Leute sozusagen machen. Wenn man jetzt so einen Post hier nimmt zum Beispiel, siehst du, hier zum Beispiel, der hätte nicht passieren dürfen. Vorführeffekt, dass es hier vier Zeilen sind, sondern drei maximal und dann immer einen Absatz. Und wenn man das einmal verstanden hat, siehst du hier, hier sind fast alles nur eine einzelne Sätze, noch besser, weil es einfach viel, viel einfacher zu lesen ist. Das wirklich unbedingt im Content machen, wenn du das heute noch nicht machst, unbedingt, weil manche wirklich so gigantische Textblöcke haben und da hat dann keiner Lust. Dann 13 und das war ein großes Learning, auch aus dem Interview mit Richard, dass Posts, die zu werbend aussehen, erreichen 75 Prozent weniger Reichweite. Und wir sind darauf gekommen, dass es gar nicht so sehr am Algorithmus liegt, sondern einfach daran liegt, dass viele Leute unterschätzen, wie smart ihre Zielgruppe ist oder ihre LinkedIn-Kontakte sind. Man hat immer, dadurch, dass man keine direkte Interaktion hat mit den Leuten, kann man sich immer nur so grob vorstellen, sozusagen, wer auch mit dem Content interagiert. Ich selbst gehe immer davon aus, dass die Leute mindestens genauso schlau sind wie ich, wenn nicht sogar schlauer. Und das hilft halt ungemein. Und wenn man irgendwas postet, was wirklich nach Werbung aussieht, dann gehen bei den meisten Leuten die Alarmglocken an und reagieren halt nicht drauf. Und es ist halt krass zu sehen, wie das direkt durchschaut wird. Fakt Nummer 14. Relevante Bilder können deinen Post um 15 bis 20 Prozent mehr Reichweite geben. Und das ist auch nochmal eine spannende Sache, weil ja auch immer wieder diskutiert wird, warum sollte ich irgendwie Bilder dazu packen, warum persönliche Bilder dazu packen. Die haben ja irgendwie so gar keine Relevanz. Und auch da muss man natürlich immer dazu sagen, hey, dass man da drauf Lust haben muss. Aber es ist halt ein großer Kicker, weil Fakt Nummer 15 ist, relevante Selfies geben dir sogar bis zu 30 Prozent mehr Reichweite. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass nur wenn du ein Bild von dir dazu packst, 30 Prozent mehr Reichweite bekommst. Und das macht halt dann doch schon einen Unterschied. Und ich würde sogar sagen, dass das nur der Durchschnitt ist, wenn man dann wirklich noch einen richtig guten Post macht mit einem richtig guten Bild, dann hat man da einen gigantischen Hebel. Und das ist auch der Grund, warum wir das halt all unseren Kunden sozusagen empfehlen. Und nicht nur aus dem Reichweitengrund, sondern einfach, weil man durch die persönlichen Bilder natürlich auch jedes Mal Vertrauen aufbaut. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, weil ansonsten so diese lichtslose Posts halt unglaublich schwierig funktionieren. Dann, was wir auch immer wieder predigen und was auch in unserer Algorithmus-Checkliste drin ist, dass man halt keine Stock-Images sozusagen nutzen soll für alle Leute, die nicht wissen, was das ist. Die beste Seite, um das sozusagen sich anzugucken, ist unsplash.com. Da gibt es halt kostenfreie Stock-Bilder. Und sowas kann man sich wirklich sparen. Das bringt am Ende relativ wenig. Die Leute sehen direkt, dass irgendwie Stock-Bild ist. Auch, keine Ahnung, gibt es immer so Leute, die zum Beispiel hier Business-People oder so und sich dann irgendwie so ein Bild hier schnappen. Aber jeder sieht das natürlich, dass das Stock-Bilder sind. Und dann weiß man auch am Ende, ja, okay, könnte ein Werbepost sein und man steigt gar nicht erst ein. Das muss man im Hinterkopf behalten. Genau, Fakt Nummer 17. Slides, also das bedeutet so Karussell, Dokumenten, die sind 8,1% der Content-Formate. Finde ich relativ viel dafür, dass es auch so aufwendig ist. Fand ich ganz spannend. Dann, Slides haben 1,6 mal mehr Reichweite als Text- und Bildposts. Also das bedeutet, den Aufwand, den man reinsteckt, der lohnt sich auch. Also das bedeutet, wenn jetzt, was weiß ich, ein Post mit dem Text und Bild 1000 Ansichten bekommt, dann bekommen Slides 1600 Ansichten. Man muss aber auch sagen, dass da viel Arbeit häufig reinfließt. Die optimale Slide-Anzahl liegt bei 12,4 Slides. Auch ganz spannend, dass man wirklich sagt, hey, maximal 12 Slides, mehr nicht. Und 20 weniger als 500 Zeichen im Text verbessern die Performance von Slide-Posts. Das fand ich ganz spannend. Bei den Fehler sehe ich auch immer wieder, wenn du einen sozusagen Slide-Post hast, dass die Leute dann, und ich weiß gar nicht, wann ich den letzten gepostet habe, den Fehler machen, dass sie dann immer noch einen recht langen Post sozusagen schreiben. Und das nimmt dann halt immer so ein bisschen die Power von der Slide weg. Also da muss man dann wirklich entweder oder machen und einen relativ schlanken Pitch machen. Genau, hier habe ich zum Beispiel das gemacht, relativ kurzen Text nur, weil ich einfach wollte, dass die Leute hier einsteigen. Und du siehst, das Ding hat ganz schön Ansichten bekommen, fast 20.000. Und hier habe ich genau 10 Slides, perfekt, also genau getroffen. Und fast 20.000 Ansichten ist natürlich cool damit. Dann Umfragen als Format erhalten die meiste Reichweite. Und das tatsächlich, ich weiß gar nicht, warum dieses Format so ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber tatsächlich habe ich da auch in den letzten Wochen ein bisschen mit rumgespielt. Und du siehst hier, meine Umfrage hat irgendwie 12.000 Ansichten bekommen. Dann hat sie nochmal fast 12.000 Ansichten bekommen. Und ich glaube jetzt für nächste Woche habe ich wieder eine in der Pipeline auch hier auch nochmal. Hier auch wieder 12.000. Scheint der Sweet Spot zu sein. Ja, das Ding ist halt, ich würde es immer nutzen sozusagen, um halt ein bisschen Daten zu bekommen. Das war nicht die interessanteste. Aber hier zum Beispiel rauszubekommen, wofür die Leute auch LinkedIn zu bekommen. Dass halt alle super ehrlich sind und sagen, ey, ich bin hier für Leads und Kundengewinnung. Sichtbarkeit für mich ist nur was, was da vorgeschaltet ist. Und das aber trotzdem so 50% gibt an Leuten, die einfach das für Inspiration und Netzwerken nutzen. Ja, für sowas würde ich nutzen. Und hier, du siehst hier, nur 1,2% aller Posts sind Umfragen. Also das bedeutet, wenn du eine Sache hier auch aus diesem Video mitnimmst, mach mal eine Umfrage. Weil das Coole ist, da gibt es auch coole Strategien. Gerade du kriegst es ja, du siehst ja, wer was abgestimmt hat. Und da, darauf kannst du natürlich auch reagieren. Das bedeutet, ich kann mir natürlich hier die Leute jetzt mal schnappen, die Leads und Kundengewinnung angegeben habe. Und könnte ihn natürlich fragen, hey, wie läuft das bereits für dich? Kriegst du bereits darüber Leads oder nicht? Ist halt ein cooler Aufhänger, weil du halt sagen kannst, hey, ich habe gesehen, du hast an meiner Umfrage teilgenommen. Du hast das und das abgestimmt. Wie läuft das bereits für dich? Also da gibt es auch die Akquiseumfrage-Strategie. Ist eine coole Strategie, kannst du mal testen. Geben wir auch immer einen Kunden weiter. Ist eine coole Möglichkeit und es müssen halt nicht wahnsinnig viele Leute mitmachen. Wir haben Fälle, wo Leute wirklich Umfragen gemacht haben. Super gezielt für ihre Zielgruppe. Zehn Leute haben abgestimmt und haben daraus sieben Termine gezogen, weil es so zielgerichtet waren. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Fakt 23, halte deine Frage für deine Umfrage einfach genug. Super entscheidend. Das muss halt wirklich sehr einfach sein zu beantworten. Die effektivsten Umfragen bieten drei Antwortmöglichkeiten. Das ist auch nochmal spannend. Und vier Antwortmöglichkeiten können deine Reichweite um 10% sinken lassen. Nur zwei um 25%. Also auch da zu hören, dass so drei Antwortmöglichkeiten der Sweetspot sind, nehme ich auf jeden Fall mit. Dann immer so eine Diskussion, wie lange sollte man seine Umfrage laufen lassen. Da wirklich nicht drei Tage. Ich war mal ein großer Fan von drei Tagen, weil ich dachte, das wird dann sozusagen schneller ausgespielt. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall, dass eine Woche wohl am besten läuft. Wenn man nur einen Tag macht, hat man 80% weniger Reichweite und Engagement. Drei Tage 35% weniger Reichweite und 25% weniger Engagement. Eine Antwortmöglichkeit, sonstiges hier Kommentar fördert das Engagement um 25%, hat aber keinen Einfluss auf die Reichweite. Das ist halt auch nochmal ganz spannend, dass man hier wirklich andere Plattformen, ich glaube, habe ich das bei einer gemacht, noch da drunter packt. Ich glaube, bei der genau andere Plattformen, Kommentar. Und da ist ein bisschen was los, also auch nicht wahnsinnig viele, aber hier auch über 600 Stimmen. Und bei der Reichweite hat das jetzt nicht wahnsinnig viel ausgelöst. Das ist crazy, dass so LinkedIn, Instagram, okay, Facebook habe ich hier gar nicht reingepackt. Ja, sehr gut. Fakt 30 ist, nutze für dich relevante Keywords immer wieder, um die Sichtbarkeit und das Suchen zu verbessern. Bessern, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das entwickeln wir auch mit unseren Kunden immer wieder zusammen. So, was sind deine Keywords, worüber die Leute immer wieder stolpern sollen? Bei uns, glaube ich, sind es auf jeden Fall immer wieder Gründer und Geschäftsführer, worüber wir reden. Wir reden immer wieder über Leads und wir reden immer wieder über LinkedIn-Funnels. Das sind so die Keywords, die ich auch irgendwie besetzen möchte. Und das muss man hinbekommen, dass man halt nicht so einen Dschungel aus allen möglichen Themen redet, sondern dass man schon gezielt für bestimmte Themen spricht. Greife in deinem Content aktuelle Themen auf, um die Relevanz zu steigern. Glaube ich selbst erklären. Mache deine Headline stark und zum Nachdenken anregen, um mehr Anzeigen zu fördern. Das bedeutet, das war immer auch gar nicht klar, dass auch in dem Report sozusagen rausbekommen, dass du schon Punkte bekommst, also dass das auch schon sozusagen viel dir bringt, wenn die Leute hier nur auf Mehranzeigen klicken. Also das bedeutet, das macht schon einen riesigen Unterschied, dass wenn die Leute hier auf Mehranzeigen klicken, dass sie am Ende genau das dann lesen und den nächsten Schritt sozusagen gehen wollen. Und das ist halt sehr, sehr spannend, dass das Punkte bringt und dass man dieses Mehranzeigen in Anführungszeichen auch verkaufen muss, dass Leute wirklich draufklicken und du Punkte dafür bekommst. Dann 33, mach Absätze für bessere Lesbarkeit, habe ich dir gezeigt. Halte deine Sprache einfach und klar und das ist tatsächlich etwas, was ich auch mal wieder im Content von vielen Leuten sehe, das halt zu, ich weiß nicht, in Deutschland haben wir irgendwie wissenschaftliches Arbeiten gelernt, habe ich das Gefühl. Und dadurch klingt das immer so hochtrabend. Ich glaube, es gibt immer diesen Gag, wenn man sich so das gleiche Buch im Deutschen kauft und im Amerikanischen oder im Englischen ist halt irgendwie halb so dick, so kompliziert ist irgendwie unsere Sprache. Die Kunst ist aber gerade auch im Content wirklich so zu kommunizieren, wie man redet. Und ich glaube, dahingehend, wenn du das hinbekommst, wirklich so zu kommunizieren, wie du dich auch mit jemandem unterhalten würdest, das ist so die höchste Form. Es hört sich vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, so einfach an. Es ist aber nicht einfach so zu schreiben und das würde ich auch jedem empfehlen, das zu üben. Bleib bei einem Thema und halt es einfach, auch ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, manche Leute driften so im Content ab und man versteht gar nicht so, worum es dann am Ende irgendwie geht. Und das muss man am Ende auch im Hinterkopf behalten, dass das irgendwie wichtig ist. Fakt 36. Oh, spannend. 16% des LinkedIn-Contents besteht nur aus Textposts. Das bedeutet auch recht beliebtes, wahrscheinlich zweitbeliebtes Format, dass man nur Textposts macht. Ich habe auch das Gefühl, dass sie ein ziemliches Comeback bekommen haben. Die waren eine Zeit lang komplett verspunden, weil sie gar nicht mehr ausgespielt wurden und jetzt werden sie wieder angezeigt. Was eine coole Sache ist aus meiner Sicht, weil es einfach ein cooles Format ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man das sozusagen im Feed sieht, geht es halt sehr unter. Und das ist auch der Grund, warum ich es irgendwie nicht mache, weil ich jedes Mal denke, wenn ich einen reinen Textposts mache, kriege ich halt vielleicht nur 50 oder 70% der Performance, wie wenn ich ein Bild dazu packe. Und dann ist ein Bild auch immer nicht so kompliziert, dass man es nicht dazu packen könnte. Fakt 37, die optimale Textlänge für Textposts ließ bei 1800 bis 2100 Zeichen. Krass, das ist dann schon so ein bisschen artikelmäßig fast, das relativ lang ist. Aber gerade wenn du gut schreiben kannst, würde ich es empfehlen, dann natürlich auch auf das Format zu gehen. Nicht mehr als 4 Zeilen pro Absatz für Textposts. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. 3 Zeilen, das ist der Sweet Spot. Die ersten 2 bis 3 Sätze sind die wichtigsten, wie bei einer Headline. Und eine Frage am Ende des Textposts steigert das Engagement um 20 bis 40%. Genau. Call to Actions am Ende von Posts absolut eine Kunst aus meiner Sicht. Das ist auch aus dem Interview mit Richard rausgekommen. Warum, dass halt wirklich Kommentare jetzt die neue Währung sind. Ein Kommentar ist so viel wert wie, ähm, nee, genau, 15 Likes. Ja, ein Kommentar ist so viel wert wie 15 Likes. Das muss man wirklich im Hinterkopf behalten, wie wertvoll das ist. Und das bedeutet, du musst halt hier hinten bestenfalls eine gute Ja-Nein-Frage stellen. Das gebe ich immer als Tipp mit, dass man halt nicht irgendwie versucht, keine Ahnung, irgendwas sich auszudenken, wo man drüber nachdenken muss. Sondern wenn du eine gute Ja-Nein-Frage hinbekommst, dann macht das vieles leichter. Und ultimativ, ja, Test ist immer bei der Frage auch, was würdest du selbst drauf antworten. Das mache ich, den Test mache ich mit jedem, auch unserer Kunden so, ja, was würdest du denn selber auf die Frage antworten. Und die meisten sind halt blank, ne. Und wenn du selbst blank bist und selbst lange überlegen musst, was du drauf antworten würdest, dann ist halt kein guter Call to Action, ne. 41, 100.000 Zeichen beim Textpost für zu weniger, zu 25% weniger Reichweite. Also da muss man schon ein bisschen was schreiben. Ich glaube, es gibt auch dieses Twitter-Format, was auch irgendwie ganz gut funktioniert. Wie gesagt, da muss man halt gut texten können, dann funktioniert es auch. Das muss man im Hinterkopf behalten. Aber Textpost scheint sozusagen längerer zu sein. Ganz spannend, kein negativer Einfluss, wenn man mehrmals hinter einem Textpost hochgeladen werden, weil man da ja auch immer ein bisschen die Sorge hat, oh Gott, muss ich meine Formate irgendwie mixen oder nicht? Scheint nicht so zu sein. 8,2% aller LinkedIn-Posts sind Videoposts. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so verbreitet ist. Ich habe in der letzten Zeit wieder ein bisschen damit rumgespielt. Und du siehst, das kriegt nicht wahnsinnig viele Ansichten. Es baut aber super viel Vertrauen auf. Also das ist mein Gedanke dahinter, dass halt, ich glaube, ich kann 200 Posts von mir, kannst du vielleicht gesehen haben. Und es baut nicht annähernd so viel Vertrauen auf, wie wenn du mal ein Video über 10 oder 15 oder vielleicht auch 20 Minuten von mir gesehen hast. Und das ist der Grund, warum ich die auch einmal pro Woche mindestens sozusagen einfließen lasse, warum sich das am Ende so sehr lohnt und man wirklich auch Videos einstreuen sollte. Dann hier ganz spannend, Videos mit 1-2 Minuten Länge haben das meiste Engagement. Videos mit 1-2 Minuten Länge haben 30% bessere Conversion Rate. Also es ist wirklich knackig zu halten. Das war immer so ein bisschen Bauchgefühl bei mir, dass halt ich am Anfang auch so 10-15 Minuten Videos gepostet habe. Das hat sich halt kein Mensch angeguckt. Sondern, dass man wie einen kleinen Trailer sozusagen macht wie hier und dann sagt, der Link zum ganzen Interview ist in den Kommentaren. Und fertig. Und dann packt man das einfach in die Kommentare und dann hüpfen die Nächste sozusagen in den nächsten Schritt. Das ist ganz cool. Achte bei den Videos auf hohe Bildqualität und einen klaren Sound. Glaube ich selbst erklären. Man muss aber sagen, dass die Qualität auf LinkedIn von den Videos nicht wahnsinnig gut ist. Ich glaube, da spart LinkedIn auch ein bisschen Serverkosten. Weil du siehst, das sieht hier nicht wahnsinnig hochwertig aus. Also ziemlich verpixelt. Und ich habe das in 4K, glaube ich, hochgeladen. Also das muss man im Hinterkopf behalten. Dann die ersten 8 Sekunden eines Videos sind die wichtigsten. Hook, wie bei einem guten Post. Da muss man im Hinterkopf behalten. LinkedIn-Artikel sind wichtig für SEO und Newsletter-Content. Das bedeutet, LinkedIn-Artikel, habe ich das Gefühl, sind so komplett in den Hintergrund gerückt. Ich sehe selten noch irgendwelche Artikel in meinem Feed. Wenn man vielleicht irgendwie seinen LinkedIn-Auftritt für SEO optimiert, könnte das interessant sein. Ansonsten würde ich da nicht zu viel Zeit reinstecken. 800 bis 1200 Wörter sind optimal für Artikel. Okay, relativ kurz auch. Crazy. Vielleicht kann man das mal wieder testen. Dann kleinere Absätze und klare Headline führen zu 50% mehr Reichweite und 20% mehr Engagement. Macht Sinn. Das Cover-Bild deines Artikels ist wichtig. Ja, ich glaube, das macht auch Sinn. Ich glaube, das kann man sich hier auch nochmal von Richard angucken. Das ist, glaube ich, hier ein Artikel gewesen. Genau, auch um dich abzuholen, was es sozusagen ist. Genau, hier du hast so ein Cover-Bild. Genau, das ist ein Artikel. Du hast hier eine Überschrift. Und dann, genau, erzählt dir ein bisschen was. Hier dieses Bild kann ich dir auch empfehlen, das nochmal durchzulesen. Und fertig. Und ich glaube, es ist wie ein Newsletter. Hier können die Leute am Ende kommentieren. Genau, es ist gleichzeitig auch ein Newsletter. Ja, 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 glaube ich nicht, dass das so interessant ist. Genau, verlinke in deinen LinkedIn-Post. Verlinke deine Artikel in deinen LinkedIn-Post. Genau, die Leute müssen irgendwie dahin kommen, weil sie im Feed nicht mehr groß angezeigt werden. Content-Serien verbessern die Artikel-Performance um 5 bis 15%, so dass man wahrscheinlich mehrere Artikel hintereinander schreibt. Und reposte nicht einfach dein LinkedIn-Content als Artikel. Ja, also Artikel ist schon mal ein anderes Format. Haben das immer wieder getestet, spar dir die Zeit. Am besten nur zweimal pro Monat ein Artikel posten. Ja, das zeigt schon, wie häufig man das machen sollte. Weil man die Leute gefühlt auch da hinbringen muss. Insofern kann man sich das aus meiner Sicht wirklich sparen. Eigener Content läuft besser als die LinkedIn-Templates. Ah, okay, LinkedIn hat so Templates, wusste ich nicht mehr. Ja, hier, finally, bestätigt mit Zahlen, Daten und Fakten. Ich habe immer wieder Diskussionen darüber, dass Leute sagen, das ist schon längst vorbei, dass Posts nicht mehr gestraft werden, die externe Links haben. Und ich sage immer natürlich, weil ich das jedes Mal auch teste. Und hier wird bestätigt, dass wirklich deine Reichweite um bis zu 50% sinkt, wenn du einen Link reinpackst. Also, du hast, glaube ich, den Workaround gerade bei mir gesehen hier, dass ich einfach sage, Link zum ganzen Interview findest du in den Kommentaren. Und dann sagst du hier, Interview zu finden, zack, fertig. Ja, 50% Reichweite gefunden gerade. Dann Kommentare mit externen Links werden oft von LinkedIn versteckt. Ich habe tatsächlich nicht die Erfahrung gemacht. Ich habe das hier immer sauber als ersten Kommentar gefühlt bei mir. Immer, wo ich das mache. Also, insofern, da braucht man sich nicht groß Sorgen machen. Und selbst wenn, ist es immer noch 50% mehr Reichweite wert, auch wenn es versteckt ist. Beste Uhrzeit für Reichweite, das spannend zu posten, ist 8 bis 11 Uhr morgens. Ja, da muss man sozusagen Gas geben. Ich poste 7.45 Uhr, ist genau, glaube ich, davor, vor der Zeit. Hat aber auch keinen gigantischen Unterschied gemacht. Früher habe ich sozusagen um 11 Uhr gepostet und dachte mir so, hey, dann nehme ich jetzt nochmal den ganzen Vormittag irgendwie mit. Hat aber am Ende gar keinen Unterschied gemacht. Also, das war am Ende nochmal sehr spannend zu sehen, dass das keinen Unterschied gemacht hat. Man sollte 3 bis 4 Mal pro Woche posten. Das ist nochmal ganz spannend, dass das sozusagen der Sweet Spot ist. Ich würde auch sagen, gerade am Anfang 3 Mal reicht. Nicht auf 3 Mal richtig gut ist halt besser als täglich und jeder Post ist mittelmäßig. Das musste ich über die Zeit auch lernen. Und das war auch der Grund, warum wir dann irgendwann wieder auf 3 runtergegangen sind, bis ich gemerkt habe, hey, die Qualität passt. Und dann sind wir hochgegangen wieder auf 5 Mal pro Woche. Aber bei gleichbleibender Qualität. Aber gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viel Content gemacht hat, sind die dann alle mittelmäßig, ne? Die Post, dann würde ich eher lieber 3 Mal machen und richtig gut und richtig Kopf reinstecken in die Story und in Storytelling etc. Hast du tausendmal mehr von. Genau, das ist ganz spannend. Ich dachte, diese Regel wäre sozusagen weg. Aber die ersten 60 Minuten entscheiden über die Reichweite der nächsten 6 Stunden. Ja, also wirklich so die Happy Hour ist entscheidend, dass du in den ersten 60 Minuten Gas gibst. Und die nächsten 6 Stunden entscheiden über die Reichweite der nächsten 18 Stunden. Und nach 24 Stunden entscheidet sich, ob der Post noch weiter ausgestrahlt wird oder nicht. Also es gibt so Stages sozusagen, die man knacken muss. Aber gerade in der ersten Stunde beim Post Trouble zu machen, das kann man sich wirklich als Regel nehmen, dass man da selbst auf der Plattform bestenfalls ein bisschen kommentiert. und dass die Leute dann bei dir kommentieren und du alle deine Kommentare, die dazu kommen, auch beantwortest. Was ganz spannend ist, die durchschnittliche Reichweite am zweiten und dritten Tag ist deutlich höher als noch vor einem Jahr. Das bedeutet, du hattest sonst immer, dass der Content nur irgendwie 24 Stunden läuft und dann verschwindet er für immer. Jetzt gibt es halt bei guten Posts, dass sie auch im zweiten und im dritten Tag noch laufen und teilweise auch nach sieben Tagen noch laufen, wenn er richtig gut ist. Was ganz spannend ist, der Algorithmus bewertet dich anhand der Ergebnisse deiner letzten 10 bis 15 Posts. Also, dass das jetzt auch schon eine Rolle spielt, dass man wahrscheinlich nicht mehr so nur noch so One-Hit-Woodner machen kann und aus dem Nichts kommt, sondern dass er sich schon anguckt, wie sieht so dein Track-Record aus. Also, dass man schon ein bisschen bei den Posts aufpassen sollte, dass sie alle gut sind. Dann ganz spannend, Tipp oder Fakt 66 ist, als erstes sehen Follower mit aktivierte Glocke deine Posts, also Leute, die proaktiv dir gefolgt sind und die Glocke aktiviert haben. Dann die Follower mit dem meisten Engagement, also das bedeutet, die, die so mit dir interagieren. Dann neue Connections und Follower und dann aktive Follower, dann aktive Connections. Ja, also es bedeutet wirklich, Follower kriegen am meisten sozusagen deine Sachen ausgespielt und Connections sind Leute, mit denen du dich proaktiv vernetzt bekommst. Und da kriegen es die neun als erstes und als letzte wirklich so, ja, Leute, mit denen du dich vernetzt hast, die aber mit dir aktiv sind. Genau, und Leute, mit denen du dich verknüpft hast, aber nie mit dir interagieren, die sehen dein Content halt nie. Ich glaube, das kann man auch immer mitgeben, weil viele Leute auch immer sagen, hey, Robert, ich habe in den letzten Jahren irgendwie, keine Ahnung, Leute hinzugefügt, die gar nicht mehr in meiner Zielgruppe sind. Du musst die jetzt irgendwie alle löschen. Nein, der Algorithmus regelt das schon selber, dass halt nur die Leute, die mit dir interagieren oder die neu in deiner Welt sind, dass die sozusagen den Content sehen. Nicht mehr als acht Leute taggen, um eine Penalty zu vermeiden. Ich würde eh nicht viele Leute taggen, weil wie gesagt, ich glaube, die haben, genau, die haben eine Logik eingebaut, dass Getaggte sozusagen kommentieren müssen. Genau, das ist ganz spannend, dass wenn Getaggte kommentieren, hat es anderthalb mehr Wert als ein normaler Kommentar. Also das bedeutet, du willst auch hinbekommen, wenn du Leute taggst und sagst, hey, keine Ahnung, hier Richard van der Blom Interview, dann muss er da was drunter schreiben, damit das nochmal mehr Power bekommt. Tagging in den Kommentaren führt zu keinen Penalties, also das kannst du machen, dass wenn du irgendwie einen Post schreibst, dann könnte ich ihn hier in den Kommentaren sozusagen hinzufügen und fertig. Das muss man immer hinbekommen. Dann 70, erkläre immer, warum du jemanden taggst. Seite 50 wird das erklärt. Man muss einen kurzen Kontext sozusagen geben und ich glaube, das erhöht auch die Chance einfach, dass die Leute mit dir interagieren. Denn Hashtags bringen nicht mehr Reichweite. Endlich ist das auch geklärt, weil es natürlich auch so Leute gab, die so auf Hashtags geschworen haben. Auch das kann man jetzt zu den Akten sozusagen legen. Creator Mode erhöht deine Sichtbarkeit von Posts. Das ist ganz spannend, das war mir nicht ganz klar, dass das wirklich was bringt, aber ich glaube auch nicht signifikant. Und LinkedIn hat schon angekündigt, dass der Creator Mode auch wieder eingestellt wird. Insofern bleibt da abzuwarten, was passiert. LinkedIn Live, User sind um 51% gestiegen. Wie gesagt, ich glaube, das Format pushen sie, weil da einfach viel mehr los ist. Und natürlich hat LinkedIn Live zwölfmal höheres Engagement als ein Standard-Video-Post. Ist klar, weil die Leute halt live mit dabei sind. Und hier plane dein LinkedIn Live circa einen Monat vorher. Ich glaube, auch da ist Promotion halt unglaublich entscheidend, dass da wirklich was los ist, weil nur wenn du was ankündigst, ist da halt nicht am Ende viel los. Ein Like bringt dem Post um 1,4% mehr in deinem Netzwerk. Das bedeutet, jeder Like bringt dir schon was, aber hier siehst du es. Ein Kommentar ist 15 Likes wert, ein Teilen ist 19 Likes wert, ein Speichern ist 8 Likes wert und ein Mehranzeigen ist 5 Likes wert. Also das bedeutet wirklich, Likes hat immer mehr an Bedeutung eigentlich verloren. So Sachen wie Mehranzeigen, das bedeutet, dass die Leute wirklich lesen, dass sie kommentieren und teilen, weiß jeder von uns, wie verdammt schwierig das ist. Wir selbst haben intern mal versucht, so eine kleine Challenge zu machen und irgendwie 10 Sharing hinzubekommen. Ist einfach unglaublich schwierig. Aber das Mehranzeigen können wir uns schnappen und die Kommentare können wir uns schnappen. Und wenn man das hinbekommt, kriegt man halt auch viel Reichweite. Jetzt kommen wir zum coolen Abschnitt und zwar KI-Themen. Da hatten ganz viele Sorge, oh Gott, er kennt jetzt irgendwie LinkedIn, wenn ich mein Content nur Korrektur lesen lasse durch ChatGPT. Das ist sozusagen nicht der Fall. Ich habe ein paar ganz spannende Punkte. KI-Kommentare werden 4,2% weniger vom Autor beantwortet. KI-Content erhält 30% weniger Reichweite, 55% weniger Engagement und 60% weniger Click-Through-Rate. Aber wie gesagt, plump, ChatGPT zu sagen, hey, schreib mir einen Post und das reinschieben. Ja, nichts Korrektur lesen lassen. Und AI-Bilder bekommen 70% weniger Klicks. Profile mit KI-Content bekommen 15% weniger Antworten auf Nachrichten. Um diesen kurzen Abschnitt sozusagen zu erklären und das war auch das Coole, wo ich mit Richard im Interview hinbekommen habe, es liegt nicht daran, dass LinkedIn das irgendwie erkennt oder der Algorithmus irgendwie erkennt, sondern die Menschen erkennen das einfach. Also gerade die KI-Kommentare gibt es ein Tool, was dir dann halt so Kommentare ausspuckt. Das erkennt jeder, dass das ein Tool gemacht hat und dann hat auch keiner Lust darauf zu reagieren. Beim Content erkennt es auch jeder und Bilder erkennt sowieso jeder. Und jeder ist so, ja, warum machst du dann überhaupt was auf LinkedIn? Also da sind die Leute einfach smart und reagieren nicht da drauf. Das ist ganz spannend. Profile mit Automation haben 40% weniger bedeutsame Interaktionen, Follow-up-Nachrichten zum Beispiel und 85% weniger akzeptierte Connections. Das empfehlen wir auch unseren Kunden wirklich irgendwelche Automationen zu lassen, die automatisch Leute hinzufügen und so. Also ja, diese Tool-Anbieter sagen sie natürlich immer, dass LinkedIn das nicht merkt. Natürlich merkt das LinkedIn. Und wir haben wirklich viele Fälle auch gehabt, wo Leute das gemacht haben und dann wirklich keinen großen Reichweite mehr bekommen haben, weil LinkedIn das einfach gemerkt hatte und keine Lust darauf hatte. Also davon würde ich die Finger lassen. Dann ganz spannend, das Community Top Voice Badge führt zu 25 bis 40% mehr Profilansichten. Das Ding habe ich mir tatsächlich auch entlang des Weges geschnappt hier. Top Marketing Strategy Voice. Da gibt es sozusagen Tutorials dazu, wie man da hinkommt. Ist ein bisschen mühsam. Ich war nicht davon ausgegangen, dass es irgendwie einen großen Hebel hat. Das freut mich, dass hier irgendwie was dazu steht, dass das wirklich was bringt. Aber am Ende, ja, ist das halt ganz spannend. An dieser Stelle nochmal kurze Erinnerung, wenn du das ganze Dokument nochmal haben willst und in Ruhe durchlesen willst, kurz meinen Kanal kostenfrei abonnieren, Video liken und einfach 101 Algorithmus-Tipps in die Kommentare schreiben und dann schicke ich dir den Link komplett kostenfrei rüber und dann kannst du das Ganze nochmal sauber durchgehen. Wir gehen auf die Zielgerade. Alte Badges durchkommentieren unter drei Artikeln und dort relevantem Engagement. Genau das ist sozusagen die Anleitung. Das hört sich jetzt ein bisschen einfacher an, als es ist. Ich konnte nicht nur unter drei Artikel kommentieren und dann hatte ich das Ding. Aber da gibt es Tutorials dazu, wenn du dir das Ding sichern willst. Do it, ne? 88 Single Image Ads, Video Ads, Text Ads, Spotlight Ads, Perform am besten. Also gefühlt alle. Ne, aber das sind auch die gängigen Formate, die wir schalten. Diese drei schalten wir eigentlich und die funktioniert sehr gut. Dann Cold Lead Gen Ads, ja Forms, Karussell Ads und Message Ads, Perform meistens nicht. Genau mit denen habe ich tatsächlich gute Erfahrungen gemacht. Ja, ist halt immer der Durchschnitt, ne? Das LinkedIn Audience Network ist nicht effektiv. Das ist eine Möglichkeit, in LinkedIn Ads noch mehr Leute zu erreichen. Zum Beispiel schaltest du dann, glaube ich, auf Ebay oder so auch deine Anzeigen und keine Ahnung, was da alles dazu gehört. Ich glaube, so alle Seiten im Internet, die mit Google angeschlossen sind, kannst du dann auch zugreifen, braucht man nicht. Lass die Zielgruppen-Erweiterung weg. Das wird auch immer bei LinkedIn Ads empfohlen. Keine Lookalike-Audience nutzen. Retargeting früh nutzen machen wir auch. Auch Thought Leader Ads funktionieren besser als Company Page Ads. Thought Leader Ads sind, wo du organischen Content boosten kannst und das ist halt cool, um irgendwie Reichweite zu bekommen mit deinem Content. Aber es konvertiert halt nicht, ne? Also du wirst dann Kommentare und Likes vielleicht bekommen, aber ja, kann man sich sparen. Also jeder, der mal für Werbeanzeigen sozusagen Geld ausgegeben hat, weiß, dass sich das relativ wenig lohnt. Kalte Kampagnen sind bei 10 bis 15 Dollar pro Klick mit 0,4 Prozent. Die konnten, ja okay, so Durchschnittswerte sind immer unterirdisch. Retargeting 5 bis 8 Dollar pro Klick. Und hier ein Cost pro B2B-Meeting liegt bei 250 bis 750 Dollar. Das muss man tatsächlich mal gehört haben und das ist relativ realistisch. Also wirklich für einen Inbound-Termin, dass ihr mal bei dir einen Termin bucht, liegt es wirklich so, komm gut hin, 250 bis 500 Euro und dann bist du schon recht gut. Da jeder, der noch nie Werbeanzeigen geschalten hat, fällt da immer hinten über und sagt, was, 250 Euro muss ich dafür bezahlen, dass sich jemand einen Termin bucht. Und wie gesagt, da muss halt auch dein Angebot dahinter passen. Also so auch Akquisekosten pro neuen Kunden liegen häufig bei 1.000 bis 2.000 Euro, sodass du halt wirklich ein Angebot haben musst, was das auch refinanziert, sodass sich das Ganze lohnt. Optimale Adsfrequenz liegt bei 3 bis 5 Tagen für 7 Tage. Branchen mit dem höchsten Engagement, Software, Finanz-Services, IT-Services, genau. Und Branchen mit dem niedrigsten Engagement, Legal Accounting und Medizin, glaube ich, relativ klar. Aber es ist aber nochmal spannend, wer sozusagen sehr digital affine ist. Und letzter Tipp, Vorplanungstools werden nicht mehr bestraft, werden nicht mehr bestraft. Also scheint, sie wurden mal bestraft. Wir haben immer wieder den Test gemacht, so abwechselnd zu posten mit Buffer oder ohne Buffer. Jetzt darf man wohl tief aufatmen und das Ganze darüber nutzen. Genau, das waren die 101 Tipps. Wenn du Lust hast, wirklich mal tiefer reinzuspringen und zu lernen, wie du dein LinkedIn-Profil wirklich optimieren kannst und über deinen Content wirklich an Termine und Kunden kommen kannst, dann sieh dir gerne mal unsere Social Leads Academy an. Dort lernst du wirklich alles, was du brauchst, um LinkedIn zu einem Akquisekanal aufzubauen. Das Coole daran ist, dass du dir die Academy 14 Tage komplett kostenfrei testen kannst. Also es gibt einen kostenfreien Probezugang. Und das Coole ist, dass da drin über 1500 Leute mittlerweile drin sind. Siehst du, Vorführeffekt, aktuelle Maintenance. Aber da wir jede Woche auch einen Live-Workshop sozusagen halten und ich unglaublich stolz auf dieses Produkt bin. Wenn du Lust hast, noch mehr dazu erfahren, gehst du einfach auf socialleadsacademy.de und hier wird dir ganz genau erklärt, was alles in der Academy drin ist. Aus meiner Sicht absoluter No-Brainer für die Basics vor allem, wo wir dir wirklich zeigen, wie du Reichweite bekommst, wie du ein Inbound-Profil aufbaust und vor allem, wie du sympathisch Termine vereinbaren kannst. Wir haben so einen Direktnachrichten-Leitfaden über die Jahre entwickelt, dir dieses sympathische Nachrichtensystem, wo du wirklich deinen Content und auch deine LinkedIn-Kontakte sympathisch in Termine bekommst. Als nächstes solltest du dir jetzt unbedingt das Interview mit dem internationalen LinkedIn-Experten Richard van der Blom ansehen, was ich dir hier verlinkt habe. Dort sind nochmal zusätzliche Tipps und Tricks und vor allem auch Hacks zu dem neuen Algorithmus-Update drin. Da war wahnsinnig viel drin, was ich noch nie gehört habe und ich mache seit über fünf Jahren LinkedIn und Richard hat wirklich nochmal Sachen ausgepackt, die man jetzt kennen sollte und insofern sieh dir das im Interview am besten direkt als nächstes an.